Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börser. Heute gemeinsam hier mit XTB. Es ist Montag, der 21. August 2023 und wir wollen uns heute mal einen Blick gönnen auf Tesla nach dem jüngsten Abverkauf und natürlich der Frage stellen, was ist da los bzw. wie ist das eigentlich einzuordnen. Ich würde das alles nicht heißer essen, als wir es unterm Strich kochen. Wir haben übergeordnete Marktkorrektur, die sich auch im Nasdaq beispielsweise ganz besonders präsentiert. Wir wissen, es gibt eine relativ stark positive Korrelation, Nasdaq zu Tesla. Wir sind hier in der Korrekturbewegung nach einem exorbitant scharfen Lauf. Auf der Oberseite seit Mai ist es ungefähr, eigentlich schon fast beginnend mit Ende der Krise, der Minikrise, der Bankenkrise in den USA hier im Bankensektor. Im März war es an dieser Stelle. Summa summarum, wie gesagt, Tesla stark unter Druck und wir wollen es mal einordnen, wo wir da aktuell stehen. Das ist fast schon historisch, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, Chancenrisikowernnis technisch, glaube ich, ist die Aktie mittlerweile in Gefilde vorgestoßen, die auch für mittel- bis längerfristige Investoren eventuell wieder ganz interessant sein könnten. Wie gesagt, mehr zu den Details in wenigen Minuten. Zunächst einmal der Blick auf den Risikohinweis. CW und CFD sind komplex anderes Instrument, werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, einen Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Sieg und weiß, auf der Webseite, der darüber hinausgeht, auch gerne den deutschsprachigen Kundensupport von xdb einmal kontaktieren, falls dort Fragen sein sollten. In eigener Sache, ganz kurz, alles, was ich hier jetzt präsentiere, das ist rein edukativ, rein informativ. Es ist keine Anlageempfehlung oder dergleichen und bitte auch nicht als solche Mist zu verstehen. Das sind meine Gedanken. Ihr könnt gerne unterhalb des Videos Fragen stellen, auf die ich dann eingehen würde in den nächsten Events. Hier haben wir die Kontaktdetails von xdb, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Also, wie gesagt, gerne Kontakt aufnehmen, falls Rückfragen sein sollten. Kurz zu xdb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, hier in der Mitte einmal aufgelistet. Darüber hinausgehend mit Sicherheit ein Grund, ein Hauptgrund war oder ist die xStation, auf die wir jetzt einen Blick werfen wollen, obwohl ich hier auch schon entsprechend den Tesla-Chart vorbereitet habe. Und einmal mit einer relativ simplen gleitenden Durchschnittslinie hier konfrontiert, wie wir uns sehen, das ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt. Wir sind deutlich unter diesen 50-Tage gleitenden Durchschnitt hier an dieser Stelle gerutscht und haben weiteres bärisches Momentum aufgenommen. Wir laufen jetzt in der Support-Region hier ungefähr im Bereich so um 2.10. Vielleicht mache ich das mal zack in grün als Unterstützung. So, und das ist eine wichtige Unterstützungsregion, in die wir hier an dieser Stelle jetzt vorstoßen aus rein technischer Perspektive. Nichtsdestotrotz wäre ich noch vorsichtig im Hinblick auf Long-Engagements, auch wie gesagt, wenn sich da mehrere Events fassen oder finden. Ich glaube, der durchschnittlich bezahlte Preis seit hier diesem April-Gap auf die Earnings damals folgend verläuft auch ungefähr in diesem Bereich, wenn mich nicht alles täuscht. Und vor allem auch von dem Hintergrund dieses überdehnten Modus auf der Unterseite haben wir, wie gesagt, zumindest kurzfristig mindestens Bounce-Potenzial. Ich habe hier am Wochenende bei Twitter etwas gefunden, um das mal einzuordnen, ein toller Twitter-Account. Hier, Walter Bloomberg ist es an dieser Stelle. Der heißt nicht nur so, sondern was der wirklich macht, ist, dass der Headlines von Bloomberg in seiner Timeline einfließen lässt und hat dann an dieser Stelle, also hier 660.000 Follower an dieser Stelle, toller Tweet-Account einfach, um auch Up-to-Date-News einfach über Twitter zu erhalten. Und der hat einfach mal eingefangen, und zwar, dass Tesla sich aktuell konfrontiert sieht mit der längsten Losing-Streak seit Dezember 2022. Da schauen wir jetzt gleich nochmal auf den Chart. Aktuell 10 von 11 Tagen, das war am Freitag. Also das bedeutet, wir haben den Tag leicht grün beschlossen, demnach wurde das dann unterbrochen. Aber wir sind currently down 10 of 11 Trading Days, also 11 Tage haben wir, und 10 davon haben wir negative Vorgaben zu sehen bekommen. 6 Tage in Folge Abschläge zu sehen bekommen, 12,61% innerhalb der letzten zwei Handelswochen im übertragenen Sinne, hat Tesla nachgegeben. Längste Streak seit Dezember, dem 27. 2022, als 7 Handelstage in Folge gefallen ist. Wir haben auf Monatssicht aktuell rund minus 20%. Wir haben seit den 52 Wochen Highs, die wir vor rund einem Jahr markiert haben, um 309 Dollar, 30% Korrektur, 31% Korrektur gesehen. Sind aber dennoch, in Bezug auf die Tiefs, die wir Anfang Januar markiert haben, jetzt fast 100% fester. Also 98,33%. Das heißt, das muss man so ein bisschen im Kontext sehen. Und schauen wir einmal ganz kurz an, wie sich das Bild damals dargestellt hat, dass wir hier über den Monat Dezember ganz besonders, als es diesen kleinen Ausverkauf gab, was auch immer der Grund war, was auch jetzt aktuell hier, wie gesagt, der Grund ist. Ich denke, dass es die übergeordnete Marktkorrektur ist. Es gibt dann einige Analysten an dieser Stelle oder auch Portfolio-Manager tatsächlich. Und da muss ich immer sagen, also mit so einer Haltung, die kann ich leicht zu Hause im Barbecue kommunizieren. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt in aller Öffentlichkeit, wo mir potenzielle Investoren vor den Augen stehen, entsprechend kommunizieren. Dass ich hier in irgendeiner Form eine Fehle sehe zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg und dem Cage-Fight, der jetzt irgendwie nicht zustande kommt und irgendwie, dass das Misstrauen weckt irgendwie seitens der Investoren, die sich von Tesla abwenden, weil sie sagen, oh, der Musk, ja, vielleicht hat auch die Gefahr, irgendwie schwer verletzt zu werden in solch einem Kampf. Sollte überhaupt stattfinden, beziehungsweise der Fokus ist nicht gegeben. Das sind natürlich lächerliche Begründungen, die gerne ins Feld geführt werden, das, was die Leute gerne hören wollen. Aber das, was wir hier sehen, ist einfach mal eine Aktie, die seit Jahresbeginn, und zwar hier, ihr wilde um 100 Dollar, nach eben diesem Ausverkauf, damals im Dezember, eine Aufwärtsbewegung gesehen hat. Damals schon innerhalb von gut einem Monat von 100 Prozent und dann folgend auf den Investors Day, oder das war das Shareholder-Meeting war es, ab Mai, Mitte Mai ungefähr, nochmal massive Beschleunigung auf der Oberseite gesehen hat und fast ausgetoppt ist um 300 Dollar. Das waren für eine Big Tech oder Blue Chip Company mit solch einer hohen Marktkapitalisierung fast eine Verdreifachung des Aktienkurses. Dass es da mal zu einer Korrekturbewegung kommt, ist nachvollziehbar, beziehungsweise auch gesund, möchte man fast schon sagen, und auch, wie gesagt, im Gesamtkontext zu sehen, ein Markt, der immer relativ heiß gelaufen ist, in Form des Nasdax oder dergleichen, dass der in einer Korrekturbewegung dann auch entsprechende Big Tech Names mitnimmt, scheint nachvollziehbar einfach. Dann haben wir noch ein Hochzinsmarktumfeld, immer noch Tesla, nicht ein reiner Autobauer, aber nichtsdestotrotz, ein Umfeld, welches dann eben die Nachfrage nach Autokrediten beispielsweise eher rückläufig sich präsentieren lässt. Wir sehen Price Cuts, die haben jetzt auch wieder Preise gesenkt, zum Beispiel in China. Allerdings, glaube ich, geht es da besonders darum, dass man den Markt einfach mit Ausgehend von seiner Preissetzungsmacht eben noch stärker penetriert an dieser Stelle und einfach noch stärker durchdringt. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass Tesla darüber hinausgeht, eben im Hinblick auf das Full Self-Driving beispielsweise, genau das auch anstreben sollte. Denn desto mehr Tesla im übertragenen Sinne durch die Gegend fahren, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eben, nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern desto mehr Daten ziehst du rein und kannst eben dieses FSD auf die nächste Stufe eben bringen. Plus darüber hinausgehend ist es dann nicht nur auf Tesla bezogen, sondern dieses autonome Fahren beispielsweise, die damit verbundene Software, wäre nicht auszuschließen, dass auch andere Autobauer darauf zugreifen und dass dann eben Tesla auch über die Lizenzierung eben entsprechende Einnahmen generiert. Also, lange Rede, kurzer Sinn, fundamental mega stark aufgestellt die Firma, weiterhin mit einem riesen Produktportfolio und bedeutet etwas anders formuliert, meiner Einschätzung nach, dass wir hier realistisch vor einem stärkeren Bounce einfach früher oder später stehen dürften. Besonders, wenn wir uns über den darstellen, vielleicht stellt er sich ähnlich stark dar, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich möchte für solch einen Bounce zunächst einmal abwarten, dass wir auch kurzfristig klare Signale für eine Konsolidierung zu sehen bekommen oder eine Stabilisierung gegen diesen Bereich. Ich würde jetzt nicht einfach nur in diesen VIP reinkaufen, in Erwartung, dass da vielleicht mal ein Bounce stattfindet, der wird vielleicht früher oder später auch mal einfach kommen und wir wissen, Bärenmarkt-Rallys, die finden gemeinhin recht aggressiv statt, wenn sie denn dann stattfinden. Aber, wir sollten vielleicht erstmal abwarten, da gehe ich jetzt mal auf den 30-Minuten-Chart, bis wir die 5-Tage-Linie hier zurückerobert haben. Wir sehen, die habe ich ja mal in schwarz reingelegt, 5-Tage-Linie, ich bin jetzt auf den 30-Minuten-Chart gegangen, jetzt wird man sich vielleicht wundern, wie geht das? Also, ganz einfache Berechnungsgrundlage, wir haben die Wall Street geöffnet von 15.30 Uhr bis 22 Uhr, das sind 6,5 Stunden. 6,5 Stunden sind also 13, 30-Minuten-Kerzen und dann gucke ich mir das über 5 Tage an, 13 mal 5 und habe 65. Also, der EMA 65 oder der SMA 65, je nachdem, welche Erglättung man dort wünscht für seinen gleitenden Durchschnitt, hat man dann mit dem EMA 65 auf 30-Minuten-Basis den EMA 5 im übertragenen Sinne für die Tagesebene. Das ist die Berechnungsgrundlage und was du da sehen willst, zurückkommt eben auf das Bild für Tesla, du willst sehen, dass dieser zurückerobert wird und dass wir in der Lage sind, drüber zu halten. Wir sehen kontinuierlich, es gab bis dato keinen Grund, in irgendeiner Form Tesla einen Bounce long zu handeln oder dergleichen. Wir haben hier mal einen kurzen Versuch gesehen, den zurückzuerobern, aber sonst kurze Spikes drüber, abverkauft worden, kontinuierlich drunter gehalten. Also, das bedeutet etwas anders, solange wir unterhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie hier sind, der 5-Tage-Linie, willst du Tesla auch kurzfristig nicht long sein. Sobald es aber eine Rückeroberung gibt, wäre nicht auszuschließen, dass wir zügig Richtung 2,40, 2,50 einen entsprechenden aggressiven Bounce zu sehen bekommen. Und ja, Tesla wäre dann aus der Perspektive für kurzfristige Plays, aber vielleicht auch längerfristig durchaus interessant. Und ich würde nicht ausschließen, dass wir hier mit eventuell positiven Vorgaben und einer dann sich auch herauskristallisierenden, geldpolitisch lockeren Haltung der FED, einer Stabilisierung im breiten Markt, mit Tesla einen mindestens Kandidaten haben, der von den derzeitigen Gefilden auch in den kommenden, vielleicht sogar drei Monaten, in den Jahresschluss hinein, vielleicht dann allerdings auch in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erst, einen Bounce zu sehen bekommt, wenigstens Richtung der 300er Gefilde, vielleicht sogar diese Region dann hier rausnimmt und sich aufmacht, eben Richtung 3,50, 3,80 vielleicht sogar. Also, Tesla definitiv auf den jüngsten Run tiefer hier, einen näheren Blick wert. Morgen schauen wir wieder auf den breiten Markt wahrscheinlich, würde ich jetzt nochmal an der Stelle sagen. Aber bis dahin, happy trading. Passt auf, ihr Stops auf, habt euch wohl, bis dann und tschüss.